Dynamo TV wird präsentiert von Verticales, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Sehr gut Junge, freut uns. Die Gründe sind ganz einfach. Geile Stadt, geile Fans, geiles Stadion, geiler Fußball, den wir hier spielen. Und ja, so habe ich mich dafür entschieden, zwei Jahre hier zu verlängern. Good save and Platter denied. Fine double save by Prohl. Ich denke, wir haben jetzt eine gute Hinrunde gespielt und werden unser Fighter gehen. Einfach Woche für Woche da ablegen und alles geben, um die drei Punkte nach Dresden zu holen und ja, jeden Fan hier glücklich machen. Ich nehme vor für die Zukunft, dass wir unsere Geierlichkeit beibehalten, dass wir da weiter anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Und ja, einfach den spritzigen Fußballspielen, den wir gespielt haben und da volle Pulle rangehen. Ich danke, immer wieder Pearl-Pulsie. Untertitelung des ZDF, 2020